Freunde, grüßt euch, der geliebten Volksmusik. Wir sind hier im wunderschönen Tottenau beim dritten XS German Downing Cup und der deutschen Meisterschaft und sind gerade auf dem Trackball und ja, also der Track ist auf jeden Fall schnell, lang, steinig und er hat halt das Float, es ist schon Mason hier, amazing. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.